Das ist das, was ich dir sage. Mit Hassan hätten wir es, wenn er mit einem Fangenblumen nicht um den Kreis herumgerannt wäre, um ihn herum, hätten wir ihn auch jedes Mal gekillt, ohne dass er einen Spear macht. Alle ready? Ja, ich bin ready. Ready. Auf geht's. Also, alles klar, go go. Glaub ich, wir können Börderamon mal aufhunterkriegen, bevor er einen Spear macht? Stimmt, Börderamon ist hier. Dann nehmen wir auch mal mehr Damage. Das hat gerade erst angefangen. Ja, der stirbt vorher. Ja, der stirbt vorher. Boah, ey, ich bin der Schlechteste. So ist, glaub ich, ja keine AT-Seals und so weiter, ne? Gar nix. Ja. Er hat auch nicht einmal Crit-Damage aus seinem Equip. Na, außer auf den Neck jetzt. Ja, das ist mies. Ja, UCS ist eine riesige Sache. Und, go. Ne, ich hab gar kein Crit-Damage irgendwo drauf. Doppelbärsacke jetzt. Felix. Ja, ich komm. Glaub ich denn, kriegt der Mensch nur irgendwo. Nur auf Neck, einmal. Ne, auf Bracelet. Und was mit den E-Rings? Hast du da auch ein? Ja, aber E-Rings hab ich erst neu gekriegt, da ist noch gar nix drauf. Ah, so, ja. Aber ich hab, auf meine E-Rings hab ich aber CD, CD, Hit, Attribut und Mega-Best. Tolga, das sind die Teile mit deines Skill-Levels von 10 auf 15 erhöhen kannst. Du kriegst aber die Punkte nicht zurückerstattet. Du kriegst aber die Punkte nicht zurückerstattet. Das heißt, du musst dir jetzt so ein Skill-Talos machen. Schaffen wir ja auch? Äh, warte, warte, lass den mal kurz resetten. Wieso auch immer der jetzt schon angreift. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. So, jetzt, jetzt können wir drauf. Was ist noch ein ASB? Ja, danke. Brauchen wir mal das Beste. Oh, scheiße. Ich glaube mal, wir den auch wieder kriegen, bevor du einfach mal. Ja. 7, 8. Felix, wenn da ne Warnung kommt, aufhören anzugreifen. Ja. Bei ihm ist das kleinste Problem. Er macht kein ASB, er kann direkt weglassen, wir nicht. Ja, wir sind tot. Ne, ne, das ist, das ist nicht relevant. Ne, ist so Burn, wollt schon sagen. Ja, Burner überlebe ich. Ich bin nicht so langsam. Ja, das ist in den Slow, ja, ebenso. Tja, ich weiß ja, wie man den Slow umgeht. Ich bin gebehindert. Äh, buff ich, buff ich mir einen neuen Geek-Fans-Buff. Yes, Junge. Ich hab keine DS-Buffs. Wenn man, wenn man einen bestehenden Buff überbufft, dann verliert man den Slow-Effekt. Was? Ja, warte mal, easy. Are you ready? Ja, let's go. Und go. Ich hab einen Diva auf alle. Ich steigst auf den Diva auf alle. Ich steigst auf den Diva. Oh. Der, der dürfte schnell genug sterben. Ja, wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle was hier in das Virus. Wir sind halt nur voller AP, ja gut. Euch beide juckt sie ja nicht. Hm, nicht wirklich. Ja. Ja, aber Felix will nicht, kann jetzt kein Skill. Ja, das ist irrelevant, oder? Ja, der macht nur Burn. I will, I will, I willvil Kerzen, you? Ja, я will Kerzen, you? Ja, I will Kerzen, you. Ha, geht doch klar. Ja, ja. ich wollte es auch unterdächtigen Prozent und auf den ein die das nicht auf der Box auf der Rollstuhl ich habe noch drei Abwehr Schicks ich dachte ich mach mal mehr Damage Hatschi, du Reste, Alter Wie kommt das mal? Ach so, die sind schon mal da, Alter Wieso hat er alle wieder verdeckt von mir? Wieso hat er alle wieder verdeckt von mir? Wieso hat er alle wieder verdeckt? Wahrscheinlich... Wahrscheinlich ineinander gelaufen oder nicht... oder nicht gerendet Ja Das passiert jetzt so, ist öfter rum Das hätte ein bisschen dünge sein, die Büsse Das ist schlecht Ja, egal, ich hätte das nicht Ja Er hat den Skill angefangen, du bist schuld Ja Du bist schuld Ja, hier müssen wir eigentlich relativ gleich angehalten, weil der Burn ist echt schon ehrlich Ich glaube, den können wir gar nicht mehr Dafür fühlt ich schon noch, dass du bräuchten wir mit dem dritten Auge oder so Oder halt ein gutes Impfen Ja Oder ein Looser, je nachdem Irgendwas stimmt hier nicht Ich frag mich, was den gebracht hat, den Skill Break von F1 raus zu patchen bei Aux Die sollen ASB wieder bei Dexmon erlauben Mein schönes DefX ist jetzt einfach useless Ja, war es vorher auch Äh, vorher auch Ja, wer Impfte braucht das Ding nicht, meiner Meinung nach Ja gut, aber Was sind was an die tanken Ja Fast zwei Skills gemacht Äh Aber ich hab gefällt beim Angreifen, ich hab den Skill früher gemacht, das heißt, ich war hin und hergepackt dahin, ey So Ja, jetzt müssen wir uns gleich eventuell bewegen Nö 2 Aux sind da doch auch am Waufen Wie viel AT hat eigentlich dein Imperial Ramon, ist der 15 Perfect und sowas? 15 Perfect, allerdings nur 125% Ja, scheiß ich glaube, ich warte, der hat denn da 18.274 Oh, das ist auch Das ist auch knapp Boah Aber nur gekriegt, Leute Welche Seals hast du bei AT offen? 1.890 Ok, also ja, ich hab 2.150 oder sowas Und ich hab auf dem Bracels auch noch einen Attack Ja, ich nicht 960 Das ist das Maximum Ja, das sind die Zielsärchen und 2.5 Ja, das sind die Zielsärchen und zwei Ja, das sind die Zielsärchen und 2.5 Ja, es sind die Zielsärchen und 2.5 Ja, das ist die Zielsärchen und 2.5 Er braucht man ja nichts mehr, aber da kommt eh nicht mehr drauf Wir sollten auf der vollständigen Gezäuber für Sammler Ja Irgendwann hab ich fertig Irgendwann Ja, viel Spaß mit dem, viel Spaß mit Thexman und Exitman Easy, brauchen wir doch nur ein paar Jahre für reden Da, 1 So, jetzt 300 Jahre später Ja, eben wenn ich mach mal mit dem mit halt die Fresse da mach mal mit dem mit hab ich denn ich hab dafür dass das ein normales Jogos ist, macht der schon ordentlich damit deswegen sagen und go hier hau ich mal über den Berserker rein ja irgendwo deine Aufgabe ich kann da wieder Techno-Check mal hier so ein Grunde von der Auffassung nur ein ich habe noch gar nicht äh ja die Dota war ich noch kacklos ich hab die Scale fehlt mir doch grad ich hab warum hab ich mir noch 40k lehnen Jumbo stimmt denn 3 of Life fehlt ne ich hatte ja auch ohne hatte ich ja schon 40k sind wir alle ready? alle ready eventuell Fall Island Blessing? ne hatte ich nicht und Felix heil dich mal ein bisschen, das wird sonst eng ja ich hab Leute, was hab ich denn noch? greifen, greifen, greifen wer greift sie? er passt schon das ging ist doch eh schnell drauf ich guck grad ob ich noch was höher hab als Chicken Combo außer meine Flames da Chimshomo bringt bei mir gar nichts das sag ich ja wir haben 2. Skill abgeklickt oh ich bin down alter ich hab es noch geschafft aaaaaaaaa woher kommt jetzt nochmal zwei rausgeknallt ja Felix schon zu lang hinten Ist lieg, das liegt nur Scheiße eine Box Secret Key Fragment eventan so schmeiß am besten alles weg Ja. Ach so, wir haben auch keine Verleitung dazu. Einfach zu machen, mit I. Ja, das geht? Ja. Wie gesagt, was denn? Haben die das neu gemacht? Ja, das ist ein neuer Patch. Ach krass. Damals hat man auf I ein Disconnect gekriegt. Oh oh. Nein. LOL. Das war knapp. Das war wirklich eng. Okay, ich vergesse mal an Slug, aber wie gesagt. Das Slug hat da noch. Nein. Ich erinnere mich am richtigen Ring dran, naja. Ich hab da irgendwie vergessen zu ASB'n, da dann lass. Vergellt, sag ich doch nicht an dir. So, hab voll gemacht. Lass Bernden den Chat voll, gleich mal bunt. Das war tatsächlich voll gemacht. Hast du eine maximale Anzahl rein? Nö, hab keine Bock mehr. Keine Ahnung. Ich glaube mehr als 10 KT in die Höhe, da kriegst du? Der Ruder geht irgendwie am schnellsten. Ja, das ist, weil ich jetzt auch sofort mitgemacht hab. Ja, sicher. Was erster, ne? Wenn man die Liste umdreht. Ja, sehr. In Australien wäre erster. Oder, ne, in der Türkei ist das so offen gekehrt. Hey, wieso bleiben wir stehen? Und, in der Schweiz ist das da auch, oder nicht? Das weiß ich nicht. So, wir gehen. Ja, der Armee hat doch mal was erzählt. Von wegen hier 6 und 5 und 1 und 1 ist scheiße. Und... Naja, das ist auch scheiße. Was erwartest du? Oh, ne. Frag Felix, Mann. Oh, ne, doch nicht. Frag Felix, Mann. Damals, Felix. Ja, damals war eh Beste. Damals. Warte, wer ist denn da gerade, so halbwegs afk? Wir töten immer eben, nehmen alle so ein Video auf und dann so ein Video zu buchen. Ihr seid richtige Wichser seid ihr. Das Video existiert immer noch, ne? Ja, das Video existiert immer noch, aber auf einem anderen Kanal. Auf irgendein geheimen Kanal. Okay, are you ready? Are you ready? Nach der Runde muss ich mit... Micha, hast du ne Buffbox für mich? Ich hab keinen Cat mehr. Felix halte ich irgendwie hoch. Warum kann ich nicht angreifen? Irgendwie. Oh nein, ich schon wieder. Ich renge gleich einfach hier aus dem Kreis, Alter. Kannst du auch machen, aber dann kommt das weiter. Und du stehst nicht mal drin bei mir an dem. Nein, bei mir an. Oh, oh, oh. Nein! Nein, Mann, das ist doch unfair! Fickt euch alle, ich spiel nicht mehr. Habe ich wenigstens die Box gekriegt? Nee! Nein, du standst nicht auf der Liste. Guck mal kurz was aus dem Lager holen. Nee! Meins habe ich schon zwei Boxen verpasst, ey! Was soll's jetzt? Geht's? Thomas geht's? Teamarbeit! Jetzt aber! Ich weiß, wie wir es schneller machen könnten. Ich spare mir meinen Doppelbärsäcker mal hinzufügen. Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Wenn Felix von Kenan zu Tai wechselt. Weil Kenan ist jetzt useless mit Katzen. Kenan ist mehr als useless. Kenan ist ja... Also jetzt mit der... Also wirklich... Man kann kein... Nicht... Ja! Aber ich habe noch einen... Ich habe noch einen Mad im Lager. Mads! Ja, bringt ja nichts mit zu sagen. Entweder... Entweder... Ich würde entweder TK... Oder... Tai nehmen. Dann... Dann will ich Tai. Ich habe... Ich habe... Ich habe fünf Stück. Dann kannst du ja ein Tai holen. Perfekt. Ja, dann musst du ja alles für neu einstellen. Weil die hat ganz die Küche noch ein und so was. Ah, ist nicht schlimm. Dann muss ja genug Platz im Inventar haben. Und wird das einfach gelöscht. Ehrlich? Hm. Was ist das denn für eine Verarsche? Damals wurde das in die Giftboxen verpasst. Was ist denn die Rewardbox geschickt? Das wird einfach... Boah. Ja, das Spiel hat viele Features. Ja. Die Spot ready. Go. Die ganzen Bugs sind nur Features. Ja, die dich zum Aufregen bringen, ey. Ja. Aber Echtpotenzial. So, dann bin ich mal wirklich gespannt, ob die Teile wirklich stacken. Ja, hau mal raus jetzt hier. Tatsache. Zweimal Daumen hoch. Nice. Habe ich doch gesagt. Heile ich mal irgendwie hoch. Ja, dieser scheiß Debuff geht mir am Sack. Ja, hochheilen ist auch kein Problem. Cheerum, fertig. Alle ready? Ne, ich bin schon... Eeeey. Warte, 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 warte. Ja! Ne, das Spiel. Was denn jetzt? Weg, weg, weg. Was? Ja? Jetzt können wir resetten. Jetzt können wir resetten. Gottfrennt davor auch schon. Der hat davor schon angekommen. Ne. Oh, oh. Mann, hört einfach nicht. Aber dann ist sogar eine Piste. Hahaha. Hahaha. Gottfrennt. Hey, mein Gott. Was macht ihr denn da? Dich anzünden. Oh. So, jetzt hoffen wir mal, dass der Timer resetet ist. Weil letztes Mal war das ja nicht so. Welches Timer? Ja, sein Skill-Timer. Letztes Mal hat er direkt wieder angefangen durchzudrehen. Und los. Und komm. Ich geh jetzt raus hier. Raus. 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 Mach dir denn wieder Doppel-Skills. Ja. Ich, ich hab's überlebt. Ja, heil dich mal. Du stirbst gleich am Burn. Hahaha. Das ist immer das lächerlichste, Mann. Überlebt den Skill und kapiert danach am Burn. So. Von. Ich hab noch Chicken-Combo, wenn einer braucht. 2.000. Ja. Ich brauch den Ding. Ich hab, ich hab, ich hab 10.000 noch geragt gebohnt. Und noch über 20.000 Gold-Panana geragt gebohnt. Also. Thema Exchange, oder? Ja. Warte, 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 warte. Bevor du jetzt das falsche kaufst. Bei monatlich, nicht bei Weekly. Oh. Bei Weekly findest du nur random Boxen. Das ist nur so ne random Boxen, ne? Ja, bei monatlich kannst du direkt aussuchen, welchen du willst. Ich hab noch, ich hab auch noch zwei Thema Courage-Dinger da mit dem Saum nach oben. Ah, da. Ja. Also, Tai sagt da, ne? Boah, fünf Stück kosten die. Fünf? Fünf? Ja. So. Fünf. Aber man kann es kaufen, ich hab fünf. Ja. Dann go. Geil, ich war noch nie Teil. Erstmal Gönnung. Ich war auch damals noch ganz den Cat-Buff und ich gab's nur Kenan, was war der beste Thema einfach. Wow. Oh, ich bin Teil. Oh lol, ist alles unten wieder auf. Geil, Alter. Na, muss alles wieder neu machen, ne? Nö, bei mir ist unten alles in der Skill Leiste drinnen. Ach, der Skill wurde sogar direkt ersetzt, bei mir wurde einfach nur ein leeres Feld. Ja, der ist ersetzt. Was? Na, weiß. Micha, hast du denn ein Suit zum verkaufen? Micha, ein Beauty, guckst du den kannst du später. Ja. So, aber was kann denn der War von dem? Du weißt doch. Verkauft keiner. Oh, Fett. Und Felix macht den Inventar zu. Wieso? Ich guck da, ich hab alles schon gemacht, was ich brauchte. Es ist alles okay. Okay. Ich mach eigentlich mein's nur zu, damit ich die Box nicht öfter hab ich's vergesse. Ich mach dir sonst immer auf, ich kann nicht raten. Und Felix, am besten ziehst du Berserker dann bei Tsuki auch, würde ich sagen. Ja, wollte ich auch erst. Wollte ich machen, ja. Und das lohnt sich auch am meisten, weil es das einzige Virus ist. Ist auch das einzige Problem, kennt ihr bei den ganzen Bursen? Irgendwie schon. Warum ist denn meine Hitrate runtergegangen? Go. Let's go. Wahrscheinlich wegen Kramer. Was denn? Hitrate runter, bei ihm. Nur noch 470. Äh, hast du Hit auf dem Bracelet? Ja, stimmt, du hast Hit drauf. Ja, das ist weg. Äh, jetzt kann mich nur weniger Scheiße an. Äh, warum, was denn, was denn da, Michael? Ich hatte vorher Tau und nirgendwo halt. Ja, aber warum ist das jetzt weg? Ja, weil ich hab noch einen roten CS gekriegt. Ach so. Einfach mal auf gut Glück, so, weißt du. Auf meinem Bracelet ist auch kein Hit drauf. Ich hab voller Scheißding. Ich hab nur HP, Hitdamage, Defense, TS und Skill. Ich muss halt nur machen, ich hab auch keine OTS. Und, das ist weg. Ja. Und, go. Auf meinen... Auf meinen... Auf meinen sind drauf, Crypt Damage, Crypt Damage, Attack, Hitrate und ausweichen. Naja. Nur, nur ausweichen ist halt kacke. Hätte ich lieber... Ja, nochmal Hitrate doch. Hitrate anders. Äh, ich würd sogar HP fast bevorzugen. Ja, du warst aber Hitrate. Die ne... Die neuen Dunden und so was, da... Da misst du... Jetzt auf... Auf KDMO brauchst du schon 8k. Also... Wir haben fast ohne Skill geschafft, ey. Man. Bei uns ist die neue Meta eh. Drei Goats, ein Tank. Oh, ja. Jo. Das wird demnächst so werden. Wieder so langsam, ey. Ne, der Meta wird dreimal Jaskamon oder viermal Jaskamon. Ja, genau. Der komische Schilder für 1.000. Ja, genau. 600. Oh, entschuldigen Sie. Und ist es nicht mal... Da steht einfach Absorb um 600 erhöht. Was das bedeutet, weiß keiner. So ready, let's go. Und go. Berserkar rein. Oh. Wie viel AT hab ich im Doppel Berserkar, ey? Puh, 30.000. Ne, vielleicht. Lol, ich hab grad mal vierten. Ich hab das Doppelte. Wieso macht der jetzt schon so früh in Skirot? Ah. Keine... Ei, ei, ei. Ich glaub, da bring ich nix. Ja, ich bin raus. Warum macht der denn zweimal ein Scheiß-Skill, ey? Vor allem so schnell, ja, jetzt. Ja, der hat denn bei der ersten Runde auch kein Skirot gemacht. Warum macht der jetzt Skirot? Was ist denn da aus bei dem? Boah, richtig Glück gehabt, ihr noch rausgejumpt, ey. Wenn ich wache mal...